Willkommen zu einem weiteren Blum Blum Video Schmidi ist auch dabei Schmidi ist filmern wie im Video er auch filmert ist, das macht keinen Sinn im Deutschen das ist die Filmception des Todes ja genau das ist Matrix Style Interessant Wir gucken wieder ein tolles Video Wir gucken auf jeden Fall ein Video des besten Kanals, den es momentan gibt auf Youtube Wir feiern den so derbe, das ist echt nicht mehr normal Ja den kenn ich noch gar nicht Wirst du gleich sehen Das sind auf jeden Fall, den betreiben 3 Jungs Die sind relativ crazy drauf, aber der Unterhaltungswert ist gigantisch Die Abwechslung was sie da machen, das ist unnormal Wir haben jetzt auch bald 3000 Videos oben auf dem Kanal Und das ist schon, also ich kann den allen nur empfehlen muss ich sagen Also ich hab noch keinen besseren gesehen Gucken wir mal rein Ja gucken wir mal rein, genau Tatsächlich Ist nur Zufall, dass sie so ähnlich aus Genau, die heißen auch kurioserweise genauso wie wir Die gleiche Mütze auch, ne? Nur falsch Also Gott weiß warum, wir wissen es nicht Und der hinter der Kamera, der sieht irgendwie auch gleich aus Das sieht auch gleich aus Komisch Komisch Also wundert euch nicht Ganz mysteriös, wir haben damit nichts zu tun Ja, starten wir mal Ja, genau Los gehts Metal, Leute, Meruei Metal Leute, ne? Auf jeden Fall Bester Beginn für dieses Video Der Rest wird genauso geil, von dem wir weiter ankommen Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Out Hacks Ciao 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 Die Doppelzung erfolgt jetzt Rot wie die Liebe Schwarz wie das Loch Ja Pippenbult zu platz als auf dem Graschen Was willst du? Sechs... Boah Boah Alter Du hast doch nichts getan Das ist ja wie dieses YouTube Kacke da Jaja Was wir alles so zusammen... YouTube Parodiers Ja, genau Es ist mir so gekommen, also die erste Minute ist wirklich richtig aufeinandertreffen. Das passt wirklich wie Faust aufs Auge. Sex, Sex, Sex und auch Sex. Über dem einen Lied, ich will mehr, Geschlechtsverkehr. Oh ne. Ja, war vorangehört. Ich bin aber auch an sieben schon wieder weg. Also man, Jungs, für mich. Diesmal wegen dir. Nein, wegen dir. Du hast es doch reingeschnitten. Da. Ja gut, ja. Ja, aber das ist doch was ganz normales, menschliches. Also, hör mal. Ja, trotzdem. Töten ist auch ganz menschlich. Okay, wir machen weiter. Eskaliert hier sonst? Dieses Video, der Rest wird genauso geil, von dem wir weiter angucken. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Auf Hacks. Ciao. Ciao. Die Dauerbeziehung aufhört jetzt. Rote, ihr Liebe, Schmerz und Lusten. Ja, pippen wir zum Platz, der Hals auf dem Platz. Was willst du? Sex, Sex, Sex. Was ist das? Ey, Ruhe, da unten. Gut, bitte nochmal von vorne. Ey, Ruhe, da unten. Hallo, Jungs. Hallo, aufpacken hier. Im Gegensatz zum Comic, in dem Lucifer wie David Bowie aussieht, trägt er in der Serie teure Designeranzüge und ist stets... Der hat es halt gepasst und ist stets... Der hat es halt gepasst und ist stets... Der hat es halt gekleidet. Der hat es halt gekleidet. Genau. Und das war's auf jeden Fall für dieses Video. Wir wollen dieses Ende, denn das nicht mehr machen. Von dem her, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich finde, Juhasa wurde ermordet als glaube ich 19 Jahre alt, wobei, nee, ist kein Strafbank. Alter. Ich fahr doch wieder ermordet. Das Tragische war, das hat so gestimmt, das war nur die falsche Betonung. Ja. Aber es wäre besser als nächstes Faktor. Wahr haltet so. Genau. Genau. Deutschsprach... Die deutsche Synchronsprecher... In Deutschland feierte die Serie ab dem 1. Februar 2017 ihre Premiere mehr.. Ich war im Brüttel E-Belst. Brüttel E-Belst. Sie sind noch freie Grad? Ja, ok. Da merken wir schon mal einen Bauch, gell? Aberfakt aber. Du musst anfangen zu reden. Ich gucke mal so, ey. Du musst nur reden. Ich muss reden, glaub ich. Ja, du musst reden. Ich sage jetzt nicht ganz ein. Fakten Nummer 3. Fakten Nummer 4. Fakten Nummer 5. Fakten Nummer 7. Fakten Nummer... Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Fakten-Video zu Maze Und in diesem Video geht es um Fakten, 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 Fakten Fakten, 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 Fakten. Mach du noch 5? Fakten, 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 auf nach Wacken, Fakten, wir sind 60, verarscht, Fakten, 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 Messerkin folgte Lucifer, als dieser die Hölle verließ, die US-Amerikanische Organisation, American Family, Fokus auf de los, Fokus, Logos, Okay, geiler Scheiß, okay. Auch wenn sie sehr hart erscheint, ist sie doch sehr einsam, da Trixie, Linda, später auch Chloe neben Lucifer ihre richtigen Freunde sind. Jetzt erschreckt sich Tramp, merkt man am Gesichtsausdruck und dann wundert er sich, was sagt der? Ich will auch dein Freund sein, halt ich bin ja... Ganz fassungslos! Ich find's einfach nur geil. Ja, mit dem Geld. Das hat man schon mal gesehen. Ich weiß. Das war doch eine tolle Gesangseinlage, oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Das war doch gut. Und... Also komm. Warte. Hilf mich. Wir kommen jetzt zum nächsten Fakt. Ja. 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 Wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die ihr uns unbedingt sagen möchtet. Ja. 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 Ja just wird es geil, guck mal, ich wusel da so hinten, so hinterm Greenscreen rum wie irgendein Questo da ist und der eigentlich gar nichts verloren hat. Ja ja. Ja guck das. Ja genau die erste ist 2015 geworden. Ja guck das. Ja guck, es war so 2005. Das ist schrubbepo, oder? Ne, das ist auch du. Die erste Tochter heißt ähm Boah Alter, was ist jetzt? Du bist ja eigentlich doof, beschissen und voll ab und gefackt. Da wollt ihr eigentlich was zu trinken holen. Und genau nach dieser Aktion ist er hergegangen und hat gesagt Was hast du nochmal gesagt? Das sei in die Kamera rein, so hart und heftig. Das war genau nach dieser Aktion. Auf jeden Fall das, was wir im letzten Video gesehen haben kam darauf als Reaktion. Bist du eigentlich völlig beschissen, abgekackt und abgefackt? Geil! Und ihr seht so ganz orientierungslos Ne, unter Greenscreen komm ich nicht, also muss ich drum rumlaufen. Also Ah, Marco Das ist Lucifer gegenüber sehr, treu und loyal L'Oreal 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 Mace ist meistens mit Oh scheiße, was ist das Sexy Sexy Meine schöne Frisur So, okay Meine Stats Mieter sind die Mieter Mieter Nach oben da Wenn ihr mehr davon sehen wollt Abonniert auf jeden Fall nicht vergessen Die Glocke aktivieren Hallo und herzlich willkommen zu unserem Ich glaub das war's Du hast das schon? Nein! Faktenvideo Hallo Das war nicht Faktenvideo Nein! Wieder so lange Ja, du musst sagen Das Symbolisier Das Abschneiden Symbolisiere Oh scheiße Oh scheiße Was ist das? Oh Gott Die Fernsehserie Kommt bislang auf Okay Boah Ähm Warte Okay, alles klar Okay, der war auch cool Okay Der war gut Okay Komm wieder Ich hoffe noch Die Fernsehserie Kommt bislang auf Boah 53 Ich war mir nicht mehr sicher Scheiße Du hast so gut Scheiße Scheiße Mann Den Satz wollte ich sagen Scheiße Waut sie und zwar sofort Das ist die Abmutation Wir müssen ganz schnell mit der Abmissanwander Und von dem her Sagen wir einfach mal Abonnieren Wenn ihr mehr davon sehen wollt Wenn ihr die Glocke drauf drückt Dann könnt ihr auf jeden Fall Keinen Und wenn ihr noch was zu sagen habt Auf jeden Fall in die Kommentare Das war's für dieses Video Ganz schnell Fertig Und bis zum nächsten Mal Tschau Tschau Das war's jetzt wirklich War's schon? Ja Könnt sich doch stundenlang weiter angucken MIE WIEW MIEW 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 Der ist ja so rein Ich bin mir sicher, wenn man sich da ein bisschen ransetzt, was ich auch machen werde, werden wir richtig gute Outtakes Video haben, die uns wirklich allen gefallen werden. Ich meine, da gibt es echt viele Kombinationen. Ich meine, man sieht das ja hier auch bei den Überschriften. Da bin ich aber ganz einfallsreich. Die heißen bei mir tatsächlich wirklich so dem Inhalt nach benannt. Und zwar haben wir hier zum einen mal das Falsch. Das ist es. Achso, ich bin ja dran, Tramp. Miese Teufelslache von Tramp. Meine Stats. Mace läuft mit enger Kleidung herum. Scheiße Schnauze und dann sofort viel Spaß mit den Outtakes. Tramp will dich erschrecken. Hier. Redest du da mit dir selber? Hilft dir? Keine Ahnung. Redest du mit dir selber? Weiß ich nicht. Nee. Nein, wieder so ein langer. Okay. Warbe. James Bowie. Ich schwätzen, sondern reden. Oder reden. Fokus, Locus, Hex, Hex. Ficken, Bombs und Blasen. Alles auf dem Rasen. Ja, und so heißen die, ne? Chloroform und seine Wirkung. In der Birnenforce sind die linke Hälfte ihres Gesichts. Chloroform. 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 Das heißt, geboren, sondern born. Oh, achso geboren mit o. Born in the unis-a-a-I-was. I was born in the USA-I-was. Jo, also. Das ist dann letztendlich das best of gewesen. Das Reaktionswieder aufs best of. wir bedanken uns ganz herzlich ja und das war's aber jetzt schon mehr machen wir gar nicht genau wenn man das schluss sonst wird es eh wieder zu lang ja so wie letztes mal das würde mir eigentlich schon haben da war auch schon viel zu lang gemacht richtig also schon wieder noch schon wieder gleich das ist immer das selbe hier was macht ihr eigentlich noch hier eigentlich ja wir gehen jetzt also